Wie ätzend. Was ich alles für Frames suchen darf, das ist doch scheiße. Das habe ich auch noch. Ich habe so ziemlich alles von dir. Hallo Kühe? Gibt es sowas hier in der Gegend? Was ernsthaft? Es war einfach nur, dass du ein Advanced-Ding gebraucht hast. Lol was? Ich auch nicht so ganz. Hast du vielleicht irgendeine Einstellung vorhin gehabt, die du jetzt nicht mehr drin hast? Echt? Vielleicht war einfach Cobblestone schon drin? Ja. 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 Das war so. Ich frage die Höhe. Ja. durability Ja. Ich bin auch nicht mehr drin. Ich bin nicht mehr drin. Du hast es dir angeschaut. Du bist doch mal mit diesen Advanced-Dingens, vielleicht geht's damit ja. Klingt auch nix, oder was? Oh, es hat genau ein Weg einmal gereicht. Jetzt hab ich einen Gentle Frame. Ich brauch mehr Holz. Das ist Mushi. Das war's. Das ist das Alter, nicht ernsthaft, oder? Necrotic Frame, schon wieder ein Frame. Ah, sein Pist ist an. Oh, jetzt nach. Bestiola. Instrumentum, Mortus, Permutatio, Precantatio und Venenum. Gift. Oh, das Gift denn bitte alles. Das Gift. Drei. Drei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fidereye, Poisonous Potatoes, Quicksilver, ja Mist, den wollte ich auch Warum es bei dir wohl geklappt hat und jetzt tut es nicht mehr Hmm Ach, das war ein anderes weiter mit dem Kaktall, wo habe ich Magie drauf, den Earth Shards Oh, Infernal Furness bin ich gerade dabei zu erforschen Der wird ziemlich sicher irgendwas mit iTunes brauchen Was ist auf Blaze Powder noch gleich alles drauf? Echt, nicht mehr, ich habe den glaube ich schon verbraucht Aha, auch noch Imperium und Animus Ging noch mit an von den Dingern hier, genau mit den blauen Xichurien Halt er auf zu brennen, ne Animus Wofür mich jetzt bitte Animus Auf SoulSan, ja klasse So, soll ich uns einfach mal eine Infernal Furness bauen? Ich brauche nur ewig viele Metabricks und Obsidian Mist Ja gut, okay, also Obsidian kann ich farmen gehen Warte, wie viele Metabricks brauche ich dafür? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 8, 12 Zwölf, wie viel habe ich denn? Ich hatte doch ein paar 13 Boah, Alter, sehr geil Muss keine Metabricks farmen gehen Ne Obsidian Teleport to Gedöns, was war Gedöns? Oh, hier ist Gedöns Hier ist Gedöns Ok ino Entschuldigung Vorher Entschuldigung Warum sollte es auch? Seid ihm das ist jetzt ein Kollege von ihm. So gut, dann machen wir auch noch eine Pause. Gut, dann bis nachher.